Ihh, alter. Musst du das immer wieder machen? Ja. Soll ich dir was sagen? Leider ja. F**ck dich! F**ck du dich! Pass auf, nachher wird's wieder gesperrt, weil F**ck dich... ... ins... da drin kam. ÄHÄH! F-Ausrufe-Zeichen-Dick. Ahja. Ohja... Flashlabert scheiße! Habe ich doch schon mal eine Folgebänden so benannt. Ja, kann glaube ich sein. Kann nicht so sein, ist so. Beleidest mich immer. Äh, schlau war scheiße. Oh, yeah. Du magst mich halt so sehr. Nein, ich mag dich gar nicht. Was würdest du ohne mich machen, wenn du mich mit mir nicht aufnehmen könntest, ha? Oh, ja. Jetzt habe ich dich. Andere Socken aufnehmen. Ja, ja, ist klar. Du würdest doch nie alleine aufnehmen. Fick dich. Du würdest doch nie alleine aufnehmen. Klar. Okay. Und zwar, wenn mein Singleplayer-Projekt wieder startet. Oh. Wenn das wieder weitergeht. Oh. Ja. Guck ich mir das an und schreibe immer Dislike drunter. Ja, mach das. Okay. Solange eine schlechte Bewertung ist eine gute Bewertung. Ja, solange du es komplett ruchst, ist das mir egal. Nein. Ich mache nur an und wieder aus. Ja. An und aus. An und aus. An und aus. Ja, es gibt auch solche Leute, die machen das wirklich. An und aus. Und schon wieder. Aber nur um Dislike zu geben oder wieder wegzugehen. Ja. So einer bin ich. Ja. Das wusste ich schon immer. So. Bestimmt ist mein PC abgestürzt? Ja. Ja. Weil da kein Startup drin ist. Bist du hässlich? Äh. Nein. Negativ. Muss ich sagen. Ah. Prophetlich. Negativ. Äh. Negativ. 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 Ey. Du sollst nicht Neger sagen. Hallo? Äh. Negativ. Negativ. Du bist wieder so ein Gorilla? Ja, ne? So ein Affe möchtest du, ne? So ein kleines Affe, ne? Ja, ein Affe sein. Du? Ja. Nee. Boah, das nervt. Also ihr müsst euch vorstellen, das den ganzen Tag zu haben. Nee, nicht den ganzen Tag. Du suchtest ja sonst die ganze Zeit immer nur A mal 3. Nein. Nee, machst du ja nicht. Da. Nein. Nein. Da. Nein. Da. Ich sag nichts. Ich auch nicht. Wie sagt man, Flash hat einen Schaden? Er nervt ein kleines bisschen. Halt die Fresse. Er ist schon etwas nervig, aber... Alles gut. Tun wir ja auch. Was denn? Was ist denn? Nix. Ich wollte hoffen. Ich will zu hoffen für dich. Ja. Genau mit dir rede ich gerade. Mit wem? Mit dir. Mit wem? Mit dir. Mit wem? Äh, dem Papst. Deine Oma? Nein. Negative. Oh, ich hab noch eine Taster. Negative. Ich hab noch eine Taster. Negativ. Negative. 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 So, was haben wir denn hier? Ich hab jetzt noch mal Diamantrüchchen. Die Position... Die... Keine Ahnung was Folge... Ever. Produktive Folge, wie immer. Suchen. Ist bei dir normal. Nehmen wir alles suchen. Das kann weg... Das kann weggepumpt werden. Äh, die brauche ich selber noch. Das kann alles irgendwo hingepumpt werden. Äh, Centos? Nein. Hi. Gute Nacht. Äh, gute Nacht. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Nein. Mein Schatz. Oh, ja. Mein Schatz. Okay. Jetzt mach ich mir Sorgen. Wieso? Du brauchst keine Sorgen zu machen. Du bist genauso bekloppt. Nein, der Herr. Ihr habt das alles von dir, die Dame. Nein, das möchte ich abstreiten und abwägen. Dass sie das nicht von mir haben. Och, die Dame. Die Dame sind sie noch hier im Hause. Ne, du. Nein. Doch. Schau mal nimm. 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 Ding dong. Ding dong. Okay, Prototyp. Ich glaub, ich hab vorgestern ein Bag aus dem gelöscht von mir. Was? Wo einiges an Zeug drin war. Was denn? Hä? Was nochmal? Hm, Big Pack. Haha. Hä? Hä? Was hast du denn gestern? Du warst gestern auf dem Server? Was? Nein, vorgestern hab ich gesagt. Ne, du hast gerade... Ich hab gestern verstanden. Oder war ich gestern auf dem Server? Ne, vorgestern war ich auf dem Server. Ah, Mie. Warst du schon gar nicht mehr. Salpeta geht in Neta. Da steht da. Peter, Salpeta. Was? Salpeta? Salpeta im Neta. Oh ja. Okay, jetzt reicht's. Die Zuschauer sind langsam genervt von dir. Von dir? Nein, von mir nicht. Doch, klar. Nein. Alle sind von dir genervt, wie immer. Ach, nein. Nee, nee. Miep, 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 Miep. dein ernst machst du das und tust du das jetzt machen ich nix machen und es war es diesmal nicht ja ja weiß jetzt einfach mal ablenken ist klar zentos das mal sind immer die richtigen ja warum nehmen wir eigentlich auf können wir nicht einfach alles bänden ich nehme ich schließe mein kanal durch schließen einen kanal das ist eine gute option wo haben wir schon jetzt ist aber um sein nicht gekappt hinten am haus glaube ich schon nähe 2 2 warum anschließen warum das system reinkommen warum bei mir mit was denn na gut glaube ich das auch bei dir bei mir davon untersand das machen bei mir klauen nee klar weil du es noch nicht mehr hast was ein ruby was willst du mir ein ruby ich will ein ruby warum willst du ein ruby warum ne den kriegst du nicht hast du auch nicht klar habe ich welche neun ja doch neun aber nicht am system nicht was willst du denn damit warum willst du denn jetzt ein darum du willst du nicht so du willst doch nicht in dieses komische ding reingehen oder doch doch ja da geh im keller wieso im keller komm hier mit mensch irgendwo hier an der seite was irgendwo da einen apathit hast du nur ja deswegen ja weißt du klau gleich alles du vogel brauchst du doch nicht so viel ich bin gedrückt ja mensch brauchst du doch nicht alles ey den rest kannst du schon drin lassen ja ja muss ich nicht klauen gehen muss ich ein glasfaserkabel holen das kann ich nix für ist doch nicht mein problem nicht mein problem ich weiß nicht warum du jetzt reingehen willst warum weil du wieder nix produktives tun kannst habe ich recht ja war klar hast du irgendwo glasfaserkabel ja habe ich auch irgendwo warte deiner gear ach kannst du nicht zugreifen in der oberen kiste von der dia kiste nein du lässt das da oben drinnen du bist echt schlecht wollte ich auch gerade machen ja nimm nur ein glaube ich ein oder zwei brauchst du hast du nix selber klar aber dann muss ich jetzt so weit nach hause ja und geh doch durch die portale eben das ist ja letztendlich das spinnfäden ja noch hier ey ey ohne witz mach immer so schön viel produktives du machst so viel produktives das ist unglaublich ja ne ich freue mich richtig dafür dass du so viel produktives tust jetzt mal aufs essen was machst du den ganzen tag eigentlich produktives laufen ah ok ja sehr produktiv hm ich weiß endcenter soll ich dir mal sagen ich bin sehr produktiv heute hab ich dir noch glas 4000 ach ja was war das also nicht leck leck tess centos nein ach deine schuld nein doch wurde mir gesagt geil was was jetzt ich hab dein ding angeschlossen weil das irgendwas dahinter explodiert das ist nicht dein ernst oder doch was hast du denn angeschlossen dass da strom durchkommt das wurde da falsch irgendwo angeschlossen nein nein das ist richtig gewesen wahrscheinlich kam mit einmal zu viel nein kann ich passiert nicht ich glaube sein me interface was da drauf sitzen hatte und dann sein messerweight oder was so daneben stand dass das explodiert eben pech ja guck mal gleich dass er jetzt der appartiert mhm warum gehst du jetzt da rein ha pass auf jetzt schmiert das gleich gleich schmiert das server wegen dir dann ab dann hasse ich dich für heute ich hab's doch schon ausprobiert ja ja hier auf dem server oder was ja ist das nicht so eine komische luftwelt mhm wo man nur scheiße machen kann wie immer ja glaub schon so hab's wieder gekappt hab's mir rausgenommen und wieder gekappt ich weiß auch nicht was ich damit machen soll mit johnny seinem ding ob ich da eine leitung dran ziehe und bei mir alles einfach ins system rein pumpe brauchst du deinen star eigentlich noch äh warum ja aber ich den auch geh doch nicht da geh doch mit dem wizard klatschen dauert mir zu lange jetzt hast du geklaut schon ne nein hab ich nicht okay ich klau mir selber zack stonepipes zack zack ich kann noch goldene pipes nehmen das denke ich relativ die pipe da haben wir echt einen holen gleich oder was ich hab einen in der tasche krieg ich ja eh nicht meine güte hier roll nicht rum hier ah warte shop nee 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 kriegst du noch nicht äh ähm moment was hast du vor ja warte doch warte doch warte doch bleib doch ruhig ich will mal grad gucken wie das duplizieren nochmal ging darfst du den versuchen zu duplizieren jetzt oder was ach da brauch ich diese glowing ich will aber diese komischen fiolen fiolen auf order nady water hey wie man kann ihn duplizieren ja man kann ja duplizieren aber ich weiß nicht wie diese fiole geht keine ahnung auf order nady water man kann duplizieren aber ich weiß nicht genau hier oder geht es noch anders wie die gorilla im zug wo haben wir das zu über unser haupthaus stehen haben dann das ding oder fliegen mir ist egal ne da zeigt er nicht zum duplizieren ne ich kann nur ne auf justice machen ne egal ich glaube kaum dass du das bei dir oben drüber klingeln will ich nicht siehst du